Wir üben heute gemeinsam. Lektion 73. Ich will, dass Licht werde. Ich will, dass Licht werde. Ich will, dass Licht werde. Heute wollen wir noch einmal danach trachten, die Welt zu erreichen, die mit deinem Willen übereinstimmt. Das Licht ist in ihr, weil sie sich dem Willen Gottes nicht widersetzt. Sie ist nicht der Himmel, aber das Licht des Himmels scheint auf sie. Die Dunkelheit ist verschwunden. Die eitlen Wünsche des Ego sind zurückgenommen worden. Doch das Licht, das auf diese Welt scheint, spiegelt deinen Willen wieder. Und deshalb muss es in dir sein, dass wir danach suchen werden. Ich will, dass Licht werde. Ich will, dass Licht werde. Nachdem du dich daran erinnert und beschlossen hast, deinen Willen klar und deutlich im Sinn zu behalten, sage dir mit sanfter Festigkeit und ruhiger Gewissheit, ich will, dass Licht werde. Lass mich das Licht erblicken, das Gottes Willen und den Meinen spiegelt. Lass mich das Licht erblicken, das Gottes Willen und den Meinen spiegelt. Übungszeiten nochmals, was du wirklich willst. Sage, ich will, dass Licht werde. Dunkelheit ist nicht mein Wille. Ich will, dass Licht werde.